weiter mit dem dritten Teil. Ich habe jetzt gleich den Stol abgebaut. Jetzt habe ich gerade noch Eisen, damit ich auch noch den abbaue. Jetzt werde ich eigentlich wieder zuzimmern. Raus auf den Eisenerz. Noch mehr Eisen. Das wird natürlich alles jetzt zugemacht. Auf der Ebene. Oh, immer noch Eisenerz. Ich habe noch nicht aufgehört. Den einen Eisen auch noch mitnehmen. Ah, ein zu hoch. Auf der Ebene muss ich noch zubauen. Noch mehr Eisen. Noch ist hier kein Slime gespawnt. Das ist auch noch zugegen die Fläche einfach. In deren Fläche könnte ich nämlich nur kleiner Slime spawnen. Jetzt ist ein bisschen Holzkohle fertig geworden. Erstmal die Holzkohle kann ich verbrauchen, um Fackeln zu machen. Wo ist denn mein Holz? Da drinnen. Und dann noch ein bisschen Holz durchbehalten hier. Ein paar Fackeln. Die Kohle kann hier rein, um das Eisen zu schmelzen. Und außerdem kann ich gleich dann noch die Nahrung wieder auffüllen. Jetzt muss ich ja hier. So. So. So wieder so ein Chunk weiter. Bis zu welcher x-Koordinate. Ne, dann nicht. Und dann weiter. x-Achze bis 160, muss ich. Also 159, muss ich ja noch einbeziehen. 159,1. 156, 157, 158, 158 und 159. Zack. Jetzt muss ich hier wieder zurück. Und sobald ich die Nahrung nicht aufgegessen habe, dann würde ich das dann in Zukunft im Zeitraffer machen. Dann auch diese Holzschaufel, die ich gerne auch braucht hätte. Dann machen wir hier mit einem Zeitraffer aufnahmen, sobald ich das alles abernte. Oder sollte ich das in Echtzeit machen? Dann noch einen zusätzlichen Biss. Vielleicht muss ich denn überhaupt. Also hier die Z-Achse 68. Hier ist 64, geht also 64 vom Altblatt. 65, 64. Jetzt ist man da und jetzt muss ich noch einfach in die Richtung freigraben. Ich dachte, das wäre Kies, aber das ist kein Kies. Jetzt einfach... Kann ich zurück in diese Richtung graben? Also ich könnte... Also ich könnte... Da ich noch keinen Glowstone habe, würde ich sonst... Ich könnte auch keine Jack-O-Laternen, also... Ich könnte das dann anders machen, mit der Beleuchtung. Vielleicht müsste ich dann viele... Da sind natürlich ganzer Boden. Und dann sind diese drei Blöcke hoch, da so Kronleuchter hinzusetzen, die... ...winden auch Spawn-Raum verschlingen. Ja, mit der 1.8 Hülle will ich zwei. Und so wie der Fackel... ...dürfen wir eigentlich gleich... ...auf das andere Treffen. Auf jeden Fall war da schon mal ein Eisen vorkommen. Ich kann sagen, dass es so ist. Ja, ist da. Ich bin jetzt hier wieder da. Habe jetzt hier eine Runde... Also das ist komplett außen herum... ...freigehüllt. Ich kann sich am Game-Modus 3 zeigen. Wenn ich den... ...machen sollte, aber ich glaube, ich würde den... ... das Essen und... ... eine Truhe sollte ich auch mal machen. Ah, ich habe nicht genug Holzen. Da muss ich ja mal... ... aber abseits noch einen... ... Baum platzieren. Vielleicht nach oben, wenn ich jetzt hingehen will. Wo habe ich denn jetzt Erde da? Ne, das ist falsch. Das ist Granit. Das ist Erde. Das wechseln immer immer. ... ... ein Setzeln packen. Und dann... Ah, jetzt komme ich den direkt wieder ab. Der Hunger ist mir auch schon. ... ... das ist auch noch ein 2-Hungers-Punkt. Das ist auch noch ein 2-Hungers-Punkt. Das ist also... ... auch zu sehen. Knochen-zu-Knochen-Mehl. Knochen-zu-Knochen-Mehl. Das hat Knochen-Mehl, damit der Baum schneller wächst. Alles einfach so verschwendet. Versucht es immer noch nicht. Das stimmt eben noch nicht. Dass er immer noch nicht gewachsen hat. Das hat einfach 9 Stück Knochen-Mehl verschwendet. Das muss ich so lange warten. Das ist der Baum nicht. Und nicht die Fackel jetzt machen. Sonst sterben die ab. Oder jetzt in der Slime-Farm. Ich hoffe, dass ich es jetzt einfach so weiter machen kann. Dass wir jetzt die nächste Ebene freigraben. Dann können wir jetzt schon mal mittelgroße Slime spawnen. Und das mit der Beleuchtung muss ich mich noch überlegen. Bei Glowstone kriege ich ja hier nicht. Dafür müsste ich ja erst ins Nether. Also jetzt kann ich erstmal das Fleisch braten hier. Eine Truhe kann ich ja jetzt noch nicht braten, da... ... weil mein Holz zerneidiger gegangen ist. Ich hab kein Holz... also nicht mehr genug Holz dafür. Aber ich hab noch genug Holz, um... ... nur so ein paar Steinpicks... ...picks zu machen. Sechs Stück. Wow. Ganzes Inventar voll. Passt aber noch. Das war natürlich ein bisschen gefailter FFA. Wo ich dann... ... vielleicht zweimal sterbe durch die Monster in der Nacht. Dann kann ich ja eigentlich einmal schlafen müssen. Aber da ging mir das Holz aus und dann bin ich umgekommen. Und die Beleuchtung muss ich mir noch überlegen. ... 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 ich gerade nicht. Für einen einzigen Stock, das reicht sowieso nicht aus. Aber Setzling hatte ich zum Glück damit genommen. Ich hatte schon mal ein 3x3 fällt frei und gucken kann ob ich noch mal große Slimes kann ich spawnen. Ich habe ja keinen Globestone. Ich würde das nennen Let's Build Slime Farm 1 oder Let's Build Slime Farm 1 und dass da 2 Tode zu Beginn. Vielleicht 2 Tode zu Beginn. Jetzt ist der Inventar schon wieder voll. Das ist noch kaputt. Die Pohle hat er auch gar nicht mitgenommen. Wie viel ist wichtiger? Wirkensetzlinge. Das muss ich ja verpflanzen. Das Ding ist herzlich für die einen Pohle. Wirkensetzlinge. Das muss man wegpacken. Hat er ja irgendeinen neuen Knochenmäher verklemmt, weil der wuchs trotzdem nicht. Der hätte ja eigentlich direkt wachsen müssen. Aber auch mit 9 Stücken Knochen mehr wuchs der nicht. Da muss dann nämlich gering an Holz kommen. Also nicht wegen dem Hunger, sondern damit ich eine Truhe machen kann, weil der Inventar ständig voll ist. Ich kann so noch keine Truhe machen. Die sind so relativ gut eigentlich ausgerüstet, aber Erde hin und Hackel und den Wettkinder rein. Ist der Gesachsen? Nein, ist nicht Gesachsen. Das hier ist außerhalb der Slime Chunk. Jetzt einfach mal so gedrohen hier das Baumfarm. Aber das Ziel ist der Inhalt des Slime Chunkes. Wo ich gerade mich befinde. Ich glaube, mein Ziel ist das der Inhalt eines Slime Chunkes. Oh, das ist auch der Birkensetzling. Vielleicht kann ich sie jetzt noch mitnehmen. Na, können sie nicht mitnehmen. Inventar schon wieder voll. Die Beleuchtung, die kann ich so machen, dass ich zwei Blöcke so weggehe und jetzt zwei Blöcke so freigraben, wo dann jeweils immer vier Fackeln reinkommen. Ich bin auf die vierte Ebene frei. Halber Hungerspunger. Wie sollte ich so lassen? Dann schmeiße ich sie mit Eisenerbsbrauen jetzt gerade. Wenn nicht, dann kann ich sie sowieso in den Ofen reinschmeißen. Hier habe ich noch zwölf gebraten Steaks. Da kann ich meinen Hunger ein bisschen auffüllen. Zehn Stück gleich noch übrig. So, mit der Beleuchtungstechnik, dass ich dann diese Fackeln am Rand nicht mehr brauche. Eisenerz da oben drin, das kann ich da auch erstmal lassen. Also das hier ist anscheinend auch eine richtige Eisenkarm, wo man hier relativ viel Eisenerz findet. Die Sachen kann ich ja alle leider wegen Holzmangels nicht aufnehmen, weil ich dadurch keine Truhen kraften kann. Es sind nämlich nur noch sechs Stück Holz und man braucht natürlich acht, nachdem die einmal dick zu viel gekraft ist. Was ist das jetzt mal mit Werkzeug? Hier verschliffen sind halt noch ein paar Sachen auch hier. Die sind denn ehrlich gesagt immer noch nicht. Kran-Pauder. Zwei Freilassen und wieder zwei Graben. Hier hat sich die Fackeln verpastiert. In meiner linken Seite. Dann hier zwei frei und hier wieder zwei Graben. Da ist natürlich genau im Eisenerz drin. Fackel, 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 Fackel. Hier wird ja selbst das Eisenerz nicht mehr auf. Na, ich hab drei Wolle, aber... ...habe ich kein Holz? Nein, ich hab kein Holz mehr. Sonst werde ich nämlich die im Bett machen. So, jetzt... ...wieder welche hin. Dieser Part wird jetzt ein bisschen länger. Weil ich jetzt nämlich... ...wie das noch zeigen will. Und dann sozusagen das Erste weggraben. Wenn ich das mit dem Ton erledigt habe, werde ich das dann ab... ...at einem vierfachen Tempo aufnehmen. ...wiedergeben. Diesen Abbau hier. Dann würde ich selber nicht... ...mehr reden, aber... ...das wird das mit dem vierfachen Tempo... ...wiedergeben. Wenn ich das jetzt... ...fackel, fackel, 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 fackel... ...wenn ich nur direkt... ...die Randfackeln mal wegnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das trotzdem hell genug machen. Ich dachte schon gerade, das wäre ein Slime. Ich bin ja ein Slime-Chunk. Ich weiß nicht, ob wir hier den Sound... ...äh... ...hier er ist... ...ist er schon. ...oder... ...Dumblockstärke 100%... ...weiß doch nicht. Das war nur Illusion. Die müssen links in die Fackeln. Und... ...alle Fackeln auf der linken Seite. So sieht es eigentlich ganz regelmäßig aus. Und... ...leit ist hier 8. Also da können keine Monsters bauen, weil der ist nicht Level 8. Ich hab auch noch eingegraben. Also nicht genau eben. Aber was ist denn das Dunkelste hier? Wie soll das hier abdunkeln? Hier ist 7, aber... ...dann muss ich anscheinend hier nochmal... ...dass passiert, weil hier... ...dann muss ich dann alle Blöcke hier nochmal beprüfen. Sonst herrscht hier nämlich 8. Muss ich entdecken. Hier noch ein weggraben und wieder Fackeln. Dann verliebe ich an die dritten Patienten. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020